Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute aus dem neuen Studio Setup, wie du siehst und einiges wird sich bestimmt noch verändern in der nächsten Zeit, was das Aussehen betrifft. Aber im Großen und Ganzen wird es dann so ungefähr werden. Heute soll es wieder um ein paar News gehen, um einige Neuigkeiten aus dem Kameramarkt und ich würde sagen, fang direkt an. Los geht's, es gibt neue Objektive von Sony, von Canon und von Sigma und ich denke, es wird ziemlich interessant, was wir heute zu besprechen haben. Fangen wir an mit Sony. Sony soll ein neues 85mm Festbrennweitenobjektiv Blende 1.4 demnächst rausbringen. Das Ganze wurde wohl im Netz entdeckt, auf einem Foto relativ unscharf, aber doch schon recht gut zu erkennen, dass es sich um das 85er handelt. Und die G-Master 2 Variante soll in der nächsten Zeit veröffentlicht werden. Und für alle Portrait-Fotografen, Fotografinnen unter euch wird es mit Sicherheit ein Thema sein. Wenn du jetzt vor allen Dingen People, Menschen und sowas fotografierst, dann sind 85mm durchaus die Brennweite, die man da sehr empfehlen kann. Ich persönlich nutze das jetzt gar nicht. Ich nutze eher ein 70-200 oder 105mm. Aber 85, das ist schon eine sehr, sehr sympathische Brennweite, vor allen Dingen offenblendig. Von so her wird es, denke ich, sehr spannend werden, auch wenn es nicht ganz günstig wäre, das Objektiv. Ich bin gespannt, wie das Objektiv sich schlägt in der Praxis. Und wenn du darauf schon scharf bist, dann schreib mir das unbedingt mal in die Kommentare unter dieses Video. Ja, Objektiv Nummer 2 kommt dann auch aus dem Hause Canon. Und zwar soll es hier ein neues 70-200 Blende 2.8 geben. Jetzt wirst du sagen, ja, 70-200, 2.8, das gibt es ja schon zuhaufe von Canon, also im RF-Bereich wie auch im EF-Bereich. Das Neue ist dann natürlich nativ für den R-Mount und soll aber vor allen Dingen in die Z-Reihe sich einordnen. Also ähnlich wie das 24-105 mit Blende durchgehend 2.8 auch im RF-Mount und Z-Variante, weil es sich vor allen Dingen an Filme richtet. Und das 70-200 soll genau so sich an Filme richten, weil du zum einen den Blendenring hast zum Einstellen und weil du die Möglichkeit hast, beim Zoomen den Fokus beizubehalten. Du kennst das wahrscheinlich, du fotografierst oder du filmst und du zoomst und der Fokus ist weg. Und du musst quasi nachfokussieren und das kann das Objektiv für dich übernehmen, wenn du das Ganze so einstellst und so verwendest. Von so her denke ich, ist das ein Thema für Filmerinnen und Filmer unter euch. Für Fotografen ist ein bisschen die Frage, was das Ganze kostet mit Sicherheit, weil wenn du hin und wieder filmst und das nur gelegentlich gebrauchen könntest, wird wahrscheinlich der Preis entscheiden, ob du dann als Neukauf dann dort zugreifst oder eben nicht. Wenn es zum gleichen Preis wie das jetzige 70-200 kommt, denke ich könnte das attraktiv sein für die meisten von euch, die daran Interesse haben. Ist es dann teurer wie das 24-105, was knapp dreieinhalb, 3600 Euro kostet, dann wird das wahrscheinlich eher die wenigeren von euch betreffen. Es gibt noch weitere Objektive und zwar aus dem Hause Sigma. Sigma möchte ein neues 28-105 rausbringen. Jetzt wirst du sagen, 28-105, das ist ja wie das 24-105 Objektiv, was es schon relativ günstig gibt und auch schon gut verbreitet auf dem Markt gibt, auch gebraucht. Nein, so eins ist es nicht. 28-105, durchgehende Blende 2.8. Also wenn du so möchtest, eine direkte Konkurrenz zum Canon RF 24-105, aber Obacht, es ist nicht das gleiche mit 28mm zu Beginn in der Fotografie als mit 24. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel das 24-105 von Sony, was ich sehr gern benutze, sehr häufig benutze, was ich bei der Anschaffung gar nicht gedacht hätte, vor allen Dingen zum Filmen, wirklich super geeignet, weil du sehr flexibel bist. Und 24mm bedeutet, du kannst deutlich weitwinkliger fotografieren oder filmen als mit 28mm. Ja, 28mm, wir erinnern uns, das ist so ein bisschen der Look von den iPhones. Also wenn du jetzt ein Portrait mit dem iPhone machst, mit der Standardlinse, dann waren das in der Regel immer die 28mm. Das haben sie jetzt geändert auf die 35, wenn ich mich nicht irre. Und sieht auch gut aus, klar, aber 35mm und 28mm, das ist dann schon mal noch ein Unterschied. Nur 28mm bedeutet, du bist eben weniger im Weitwinkelbereich unterwegs. Und das ist so ein bisschen meine Kritik an dem Objektiv. Ja, 28-105, das ist eine große Brennweitenbreite, also wirklich eine große Range. Bedeutet aber, gerade für die, die in der Landschaft unterwegs sind oder die jetzt möglichst nicht viel wechseln wollen, du wirst wahrscheinlich wechseln, wenn du in der Stadt unterwegs bist und bei 28mm bist und dann eben doch mal noch die Kirche drauf bekommen möchtest. Das ist mit 24mm schon gar nicht so einfach und häufiger ein Problem. Und bei 28mm wird es halt nicht einfacher. Klar, du hast das 35er dann da drin in der Brennweite mit 2.8, das sieht schon ziemlich gut aus, denke ich. Nur 28mm, das ist ein bisschen schade, weil am Ende hinten raus, ob ich jetzt 90mm habe oder 105mm habe, das macht es am Ende nicht so groß am Unterschied, weil du mit den neuen Kameras in der Regel gut reinkroppen kannst und dir die 10, 20, vielleicht sogar 30mm hineinkroppen kannst und näher am Bild bist oder näher am Objekt, am Motiv bist. Wenn du aber weiter rauszoomen möchtest, geht das natürlich nicht. Und du kannst auch mit generativer Füllung in Photoshop jetzt nicht jedes Bild quasi rauszoomen, gerade wenn es um historische Gebäude geht oder spezielle Natur oder Berge, dann geht das natürlich in der Regel nicht. Das heißt also, es ist ein bisschen schade, dass man hier gesagt hat, okay, 28.105 beginnend quasi etwas mehr im leichten, mittleren Telebereich statt im weitwinkligen Bereich, wird aber zur Folge haben, sehr wahrscheinlich das Subjektiv deutlich günstiger sein wird als das Canon. Es wird sehr wahrscheinlich auch kleiner und leichter sein und das ist ein Thema. Also wenn du viel unterwegs bist und sagst, du kannst auf die Weitwinkelgeschichte etwas mehr verzichten oder hast eben doch ein anderes Glas dabei, dann wirst du mit dem 28.105 sehr wahrscheinlich sehr gut unterwegs sein können, weil lichtstark, weil schon ein großer Brennweitenbereich und weil auch sehr wahrscheinlich bezahlbar im Vergleich zu den bisherigen Varianten von anderen Herstellern. Also ich finde es ziemlich spannend, dass Sigma diesen Weg geht und ich werde mir es zumindest mal anschauen, ob das für mich etwas wäre und wenn das der Fall ist, werde ich hier auf jeden Fall ein Video produzieren. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich aus der Ferne meinen Senf dazugeben und dann euch dort zu der Hand teilhaben lassen, wie ich das Ganze sehe. Und die Canon R5 Mark II wurde vorgestellt, ihr habt das mit Sicherheit auch alle verfolgt oder ein bisschen mitbekommen am Rande in den Medien und das ist die R5 erste Variante, die erste Generation, erste Variante, mit der ich sehr glücklich bin, sehr happy bin und mit dieser Kamera mache ich auch die meisten meiner Aufträge, damit bewerkstellige ich tatsächlich das meiste meiner Arbeiten, außer die Filmerei, da ist ja nun Canon so ein bisschen immer noch eigen, finde ich. Und auch, was das Thema mit der neuen Kamera betrifft. Das ist eine tolle Kamera, die R5 Mark II und ja, sie hat etwas weniger Dynamikumfang als die Nikon Z8 zum Beispiel, das kann man jetzt gerade nachsehen bei Petapixel, die haben da einen Beitrag dazu veröffentlicht, da kann man das ganz gut nachsehen, dass die R5 Mark II etwas mehr Rauschen hat im Bild, einen etwas schlechteren Dynamikumfang. Wir sprechen von Jammern auf hohem Niveau, weil es bewegt sich alles auf einem sehr, sehr hohen Level. Dennoch ist es so im direkten Vergleich, dass die R5 Mark II von Canon gerade dann ticken schlechter abschneidet als die Konkurrenz. Das ist im Grunde kein Problem, wenn du weißt, damit umzugehen, wenn du deine speziellen Anwendungsgebiete hast. Wenn du aber sehr viel Low-Light fotografierst oder filmst, ich denke, dann ist das ein Thema. Wenn Überhitzung kein Thema für dich ist, dann denke ich, ist das ein Problem für dich, wenn die Kamera doch schneller rauscht. Vielleicht wird es mit einem Update demnächst gelöst, dass man das Software-seitig irgendwie in den Griff bekommt, weiß ich nicht. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es da bestimmt noch Möglichkeiten gibt, denn genug Rechenleistung hat die Kamera unter der Haube, um gewisse Sachen in der Zukunft noch als Update bringen zu können. Aber gleich vorweg, ich hatte die R5 Mark II nie in der Hand, aber allein das Datenblatt, das Marketing und auch die ersten sehr guten Videos, die es schon gibt zur Kamera, die lassen darauf deuten, dass die Kamera eine Top-Kamera ist für Allround-Geschichten, also Sport-Action, Indoor-Handball, Fußball, Hockey, Olympische Spiele, schnell spielen die Kinder drinnen irgendwo draußen, schnell laufende Hunde, Menschen, Hochzeiten, Architektur. Du wirst damit in der Regel alles abdecken können, wirklich alles im Sinne von, ich denke sogar einen Ticken besser als die R1, die eben ihre eigenen Stärken hat, aber ich denke, im Around-Bereich ist die R5 II besser aufgestellt als die R1. Aber es ist natürlich immer noch die Frage, lohnt sich ein Upgrade, lohnt sich der Aufpreis für die, die jetzt sagen, ich habe darauf gewartet, ich möchte die Kamera kaufen. Mein erstes Zwischenfazit, ohne die Kamera je benutzt zu haben, ist aus den Meinungen und dem, was ich sehe und lese, dass sich wahrscheinlich aktuell noch kein Update lohnt, so eine neue Variante, weil du mit der R5 in der ersten Generation schon immer noch eine sehr gute Kamera hast, die wahnsinnig viel bietet, außer beim Filmen natürlich, wobei ich sagen muss, wenn du die Kamera komplett zum Filmen einsetzen möchtest, dann müsstest du für die R5 II dir auch dann diesen Handgriff kaufen, der über 500 Euro kostet, um dann diesen Lüfter drin nutzen zu können, der die Kamera noch einen Ticken besser belüftet. Ja, die Kamera hat jetzt einen Lüfter vorne, also hinten und an der Seite drin, damit soll sie angeblich zumindest länger durchhalten können beim Filmen. Meine A7S III von Sony, die kann mich fast durchgehend filmen ohne zu überhitzen und hat keinen eingebauten Lüfter und ich muss auch keinen Handgriff dazu kaufen und es geht, es geht in der Technologie. Wahrscheinlich funktioniert es nicht so mit der Technik, die Canon verbaut hat, weil sie wieder andere Stärken hat, aber es geht. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch und mein Appell an Canon, da einfach mal zu schauen, dass man gerade auch die Filme mitnimmt, die dann doch, die Fotografen unter uns, die doch häufiger filmen, die jetzt nicht extra noch den Handgriff kaufen wollen, weil es alles größer macht, umständlicher macht und du wirst ihn auch nicht immer dran haben und es ist halt auch echt nochmal die Investition in diesen Handgriff, die du tätigen musst wahrscheinlich, wenn du die Kamera viel zum Filmen benutzt. Und das ist spätestens, wenn du unterwegs bist, ein Thema, denke ich. Also ja, Griff ran, Griff ab, der höhere Aufpreis und die Frage, wie viel das am Ende bringt, außer das 8K, was man mehr nutzen kann, was, denke ich, die wenigsten von uns tun und so her, bleibt ja für mich jetzt so ein, naja, sag ich mal so ein Zwischenfazit, was geteilt ist und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das Ganze nehmen soll. Ich habe mich sehr gefreut auf die Kamera. Ich habe mir gedacht, Mensch, das wird wahrscheinlich die Nachfolgekamera, der R5.1 werden bei mir. Aktuell ist es überhaupt nicht so, weil ich erstmal abwarten möchte, wie Canon in der Zukunft damit umgeht. Nicht nur, wie der Preis sich entwickelt, sondern auch, wie die Updates laufen, ob man einige Sachen noch fixt jetzt im Nachhinein und wie auch die Meinung von den Usern wird, die sie bereits länger benutzen. Ich denke, da wird sich auch für mich entscheiden, ob die Kamera wirklich mal was wäre. Ja, in ein paar Jahren, wenn der Preis gefallen ist, mit Sicherheit, klar, in ein, zwei, drei Jahren vielleicht. Ich denke, dann gibt es auf jeden Fall Rabattaktionen oder Möglichkeiten, die Kamera etwas günstiger kaufen zu können. und ich denke, dann wird sie attraktiv werden. Attraktiver als dann die jetzige, die erste Variante. Von so her denke ich mir mal, für alle, die es nicht eilig haben, lohnt es sich, auf Zeit zu spielen, etwas zu warten und dann später nochmal neu zu bewerten, ob die Kamera sich lohnt, spätestens am Preis gemessen, kann das dann schon der Fall sein. Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, das hat dir jetzt gefallen. Ich hoffe, das war vor allen Dingen informativ für dich. Wenn ja, lass gerne einen Daumen nach oben hier, abonniere meinen Kanal, das hilft mir im Algorithmus. Und wenn du dein Statement gerne dazu abgeben möchtest, schreib unbedingt unter dieses Video, ob du dir die R5 II vorbestellt hast, ob du die Kamera deutlich besser als die erste Variante findest, was deine Meinung dazu ist, beziehungsweise was die Objektive betrifft, die ich hier vorgestellt habe und angesprochen habe. Da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.